Hier auf dem einen See habe ich zum Beispiel dieses System geschickt, was echt interessant war. Da wird dieses Teil am Vortrag dann nicht gemacht und die ganzen Teile hier hinten sind, die machen dann hier ein Vierblei, wie beim Blüter durch das Wasser und mit einem kleinen Schlamm initiieren. Und dann wird das hier am Ende ein, ich habe ein bisschen länger jetzt gehabt, wie hier als kleinen Türen oder das hier in dieser Größe oder auch in anderen Farben im Klinik und sonst wieder. Und damit kommt man auf großen Wehen fertig. Und das ist was der Impact, das wir hier haben. Und das ist was der Impact, das wir hier haben.